Einzig so was sein kann, dass er Radar drauf hat. Heißt du, wie der fahrt? Der fahrt brutal rum. Wir sind schon wieder drin, oder? Ja, ja, klar. Und mich schon wieder tot. Mich zu Tote. Und er lebt wieder. Oh, man. Immer diese scheiß Liberator. Na, was habe ich gekelt? Klasse. Aber mein Spawnbeacon lebt noch. Das wundert mich ein bisschen. Gut. Mac, weil er über uns am Hang. Oh, es klebt das C4 nicht an. Nein. Ja, mal wieder. Also, die Runde gestern hat mir besser gefallen. Aber der klebt das dran? Nein, klebt nicht dran. Das war ja das. Schade, weil... Wenn nicht, hätte ich dich geweift oder hätte hingegangen und auf den C4 geschossen. 11, 24. Das ist so miserabel. Nein, jetzt läuft da schon ein anderer hin. Das gibt's nicht. Ich finde das richtig peinlich. Äh, gestern liefst du auf jeden Fall bei mir schlecht, aber dann... Pretty gut. Ja, weil mir geht's... Nee, eigentlich auch schlecht, aber... Was hast du denn für KD? 0,7, 0,45. Ich hab's ja auch. Ich hab's ja auch. 0,7, 0,45. Ich hab's ja auch. Die Einrichtung wurde gesichert. Die Einrichtung wurde gesichert. Oh, warte, warte, warte. Warte, ich trinke immer ab, ganz kurz. Ja, der geht immer weiter weg. Ah, 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 schade. Warte, regen mich so was. Wir haben keine Technikanlage. Wegen? Ähm, es gibt nur eine einzige. Pass auf, nicht, dass er sich jetzt krieg, ich komme von der Seite. Ah, es kommt in der Galaxy. Fenton Heat, alter, was dringend gehockt. Schade. Fuck, das Fall wird... ... in die andere Richtung. Der Buster kann ja nicht stehen bleiben. Und sterben. Wie sich für einen guten Warnung gehört. Gehen leider die Technikanlage so noch ein Stück weiter. Ah, schade, schade. Also, das ist von mir immer wieder weg, weiter anziehen dran. Und dann würde es erst recht Spaß machen. Shit. Der Hopp genau gegenüber von mir. Ich komme bloß nicht dran. Laufen sie schon wieder im Sparpunkt rein. Äh, ich seh's. Geh mal mich drum. Was sag ich jetzt? Ah, er bleibt nicht stehen. Der ist gut, der Fahrer, irgendwie. Der fahrt immer schön, schön kurvig rum. Das hat es geklappt, weil er da ist halt ein Luftstoff. Kannst es halt nicht so gut wie machen, weil der kann sich einfach in den Kreis drehen. Deswegen hast du da als Vanguard eigentlich nur einen Win, eigentlich nur wenn du ein Bild hast. Aber wenn er da kann, sonst kann er dir mit Speed einmal außen rumfliegen und im Batsch bist du weg. Ach shit, das hat sich hier viel gelegt. Ich laufe im Kampf von 4 rein. Ja, da rennt einer rum. Der ist gar nicht mal so schlecht. Fuck. Ah, jetzt hat er mich gesehen. Scheiße. Ich glaube, er war auch ganz gut zurück. Ich weiß jetzt nicht, was du da hast. Hast du ihn? Äh, na. Das Einzige, was sein kann, dass er Radar drauf hat. Das heißt, so wie der Fahrer fahrt, er fahrt brutal rum. Da unten steht eine Lightning. Das ist ein Flash. Ich habe ein Problem, ich habe nur einen C4. Das ist nicht viel. Ja, ich spare aber gerade, das ist mein Problem. Also einen C4 hat er von mir oben drauf, Pappen. Oh oh. Ich hole mir jetzt noch eins nach und dann mache ich es nochmal. Shit, der Havasa hat mich zum Glück nicht gesehen. So. Jetzt nur noch zum... Pass auf, drei Stück kommen rein. Ach, vom A-Punkt? Ähm, von hinten her. Äh, ja. Markiert, einer ist markiert und da sind noch drei andere. Boah, woher kommen die Schüsse jetzt her? Von der Seite? Ja, hinten ist einer, geht einer gerade ins Haus rein. Einen habe ich. Mr. Padori. Alles gefressen. Ja, das nenne ich mal richtig cooler Kampf hier eigentlich. So, das wogt immer so ein bisschen links, ein bisschen rechts. Ah, schon wieder gescoped, Mann, Alter, das darf ich doch nicht. Ja, ich lasse jetzt den McQuade da hinten. Ja, der ist der Saga, der... Wenn ich zweitig hätte, wäre er weg gewesen, aber er ist wohl, ich muss halt sparen. Ich weiß, was er gesagt hat, er ist noch ein bisschen was kaufen. Im Häuschen, machen sie ein Päuschen, nein. Ist nichts mehr los. Verdienstabzeichen, für? Außenposten verteidigt, ach so. Ja, müssen hier wirklich nur vier, fünf Mann, wo immer diesen Außenposten verteidigen. Ja. Aber mir, was mir aufgefallen ist, die Dings sind jetzt weg, ähm, die, ja, Luft. Ja. Würde man sagen, versuchen wir mal ein Ding zu ziehen, Sandi, und versuchen wir gleich wegzulüsen. Wollen wir? Ähm, ich habe hier gerade noch ein paar Meinungsverschiedenheiten mit einer leichten gehabt. Eigen oder Feind? Feind. Aber ich habe ihn. Hat meine KD wieder ein bisschen hochgetrieben auf 0,53. Wo hast du mich also? Ja. Ich stehe rechts rum, also Richtung Wegpunkt. Da kommt wieder einer mit, der mir... Ja. Ja, ja. Du bist meins. Also, äh, machst du mal auf noch? Gut, ja, jetzt, jetzt kann ich... ...dass ich sparen kann. Ja, jetzt. Ja. Hast du ihn? Ja. Ja. Da steht auf dem Dach drauf. Auf dem Dach? Warte. Da habe ich einen C4 dran und dann machst du nix. Ich habe keinen C4. Ja. Ich weiß, dass er zurückgelaufen. Habe ich kein Auto wie bei. Aber da kommt wieder einer Vorsicht vor unten. Der ist da und oben auf dem Dach ist keiner mehr. Und in A ist auch keiner. Was könnte man sich jetzt überall ein Ding drauflegen? Unter jeden Flächen eine Pfanztermine. Also, ich komme. Was hinter dir? Pass auf, hinter dir. Ja. 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 Das war meiner. Ja. Hammer. Äh. So. Abfahrt. Wollen wir noch welche einsteigen? Ja. Da oben auf dem Dach steht noch einer. Ja. Da kommt wieder einer. Da kommen zwei oder wieder die mit dem Halbwasser. Ah. Herace ist leider zu schnell gegenüber von Sandy. Ja. Kein Problem. Kein Problem. Verfolgen wir jetzt einfach. Ich habe sogar was besseres. Oh nein. Da kommt der Mac. Eine Chance. Äppeln. Das ist scheiße Mac. Ich habe kein Ding mehr. Das ist das Problem. Wir? C4. Kauft ihr Geld voran und kauft ihr nach. Oder stelle ich einfach als Ding hin. Der Schütze macht das bei uns schon. Stell dich einfach mit Indy hin. Der Schütze macht das. Ja. Ich habe einen. Ah. Hinter uns wieder. Oh. Gerade überall kriegst du hier auf die Fresse. Das ist natürlich eine Ahnung. Ich habe einen. ент